hallo meine lieben netplay freunde andere teker heißt doch herzlich willkommen hier aus wien es geht los farming simulator 17 ein live stream steht an bevor wir loslegen werde ich ihn noch kurz einrichten eine minute bleibt dran ein Vielen Dank. 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 Was haben wir hier? Einfaches Zurücksetzen, gut, brauche ich auch nicht im Moment und das war es im Großen und Ganzen. Passt. Gut. Ja, dann starten wir und dann schauen wir, dass wir loslegen. Heute gibt es einiges zu tun, alle Hände voll zu tun, wie immer hier in LS17. Wo, 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 wo bitteschön ist mein VW Käfer? Ei, 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 also ich habe die Befürchtung der VW Käfer, der steht, ähm, den habe ich oben stehen lassen, weil ich mich hier offscreen etwas beschäftigt habe mit dem Boden. Und den habe ich dort oben asphaltiert und was weiß ich noch alles, im Editor drinnen habe ich mich wirklich, wirklich gespielt. Aber irgendwie, es hat nicht gefruchtet, bisher. So, jetzt schauen wir mal, Escape Feldfrüchte, wir haben hier zweimal Zuckerrüben angebaut, einmal, zweimal. Wir haben ein Wachstum, Kraut entfernen und ansonsten ist alles erntereif. Alles. Und was ist alles? Wir haben hier, ähm, Raps. Auf diese 1, 2, 3 Felder. Und wir haben auf 1, 2, 3 Felder, haben wir Gerste. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir beginnen hier mit der Gerste. Na, erst mal. Beginnen wir mit der Gerste zu dreschen. Am großen Feld mit dem Ras Selmasch. Eie, na, da bin ich ja super angefahren, ha? So, aber es sollte reichen und die Frage ist jetzt, ist das hier die Aufnehmertaste? Nein, das hier ist sie. Okay, so. Also. Dann fahren wir hier mit dem Ras Selmasch erst mal ernten auf das große Feld. Und dann fahren wir hier mit dem Rasen. Ich habe leider oben das Gras nicht ganz weggebracht. Ja, das werden wir uns nachher ansehen. Wir haben Zeit genug in diesem Livestream für alles und jedes, für jeden nur erdenklichen Blödsinn. So, wir fangen heute aber oben an, aus Spaß, Sonderfreud. Ja, das ist seit langem mal hier wieder ein Livestream am Wochenende direkt Freitag, Freitagabend. Ich versuch's mal. Ich hab letztens einen Abonnenten dazu bekommen. Hey, Leute, ich hab einen Abonnenten mehr. Freut mich das. Ich find meine Gameplays gar nicht so schlecht. Aber ich nutze eben zu wenig Social Media. So, Dala. Dann lassen wir hier einen fahren. Und nehmen hier gleich das nächste Feld in Angriff. Das ist gleich hier quasi vor der Haustüre sehr praktisch. Und bei dem Feld lasse ich normalerweise hier von den Pappeln wegarbeiten. Weil ansonsten bleibt mir immer noch ein Restbestand stehen und das brauche ich hier nicht. Aber sag mal, einen Moment. Ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht. Kann das sein? Jetzt schauen wir uns einmal hier nochmal an Escape. Und zwar genau. Schaut mal. Unser Rostseilmasch, der arbeitet nicht auf diesem Feld, sondern er arbeitet auf diesem Feld. Und das ist jetzt natürlich nicht das Beste, wenn ich hier den Raps ernte und hier die Gerste. Das heißt, ich werde diesen Drescher hier ebenfalls Raps abarbeiten lassen, damit wir es beim Abfahren ein bisschen einfacher haben. Also letztens hier beim Tanken ist die Tankanzeige tatsächlich mit nach oben gegangen. Das hat mich total geflasht. Muss man mal gucken, wenn der Erwartungsbedarf hat, ob er dann quasi auch hier sich mit den Anzeigen etwas verändert. Oder gibt es hier eine Füllstandanzeige? Ist das da vorne eine Füllstandanzeige? Ein Radio gibt es. Aber ich weiß immer noch nicht diesen Radiosender für die Landwirtschaftssimulatorfahrzeuge. Könnte ich mal mal raussuchen. Na gut, dann gehen wir es mit dem Raps an. Habe ich auch kein Problem. Die Frage ist nur, was wird angebaut. Das werden wir uns dann unten an der Übersichtstafel ansehen. Ich hoffe, dass wir nun unsere Silo vollbekommen mit dem Raps und mit der Gerste und dass auch noch einiges überbleibt zum Verkauf. Die Zuckerrüben werden zur Gänze verkauft. Ich habe keine Lagerstätte für Zuckerrüben. Im Moment zumindest noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Aber ich möchte das nicht so machen, dass ich die Zuckerrüben in einen Silo hineinschmeiße. Die Möglichkeit, glaube ich, gibt es ja auch. Ich möchte das so machen, dass ich die Zuckerrüben natürlich am Boden lagere. So, dann werden wir hier dreschen. Ist uns auch recht. So, und los geht's. Und los geht's. Ja, und währenddessen wir hier so gemütlich dreschen, werden wir uns... Genau, hier steht der Käfer. Aber um das kümmern wir uns etwas später. Und jetzt sind wir an und für sich schon in der richtigen Halle. Hier bei unseren Masse Fötschersön steht nämlich auch unser Rübenernter. Und den brauchen wir natürlich jetzt, weil wir Rüben ernten wollen heute unter anderem. Und das freut mich natürlich sehr. So. So, mit dem Gerät bin ich natürlich nicht allzu oft gefahren. Der hat bloß mal 18,8 Stunden an Laufzeit. So oft habe ich eben noch nicht Rüben gemacht. Ne? Hier. Steigen wir gleich aus vor lauter Respekt, Respekt. So, und ich werde dann natürlich auch mit diesen Rübenernter hier quasi selbst abernten fahren. Aber jetzt stelle ich erst mal einen Helfer dazu ein. Sodala, der bereitet ihn vor und legt auch schon los. Und schon werden die Rüben geerntet. Kraut entfernt, Rüben geerntet und werden eingelagert. Und das mache ich deswegen hier erst mal ohne, dass ich selber die Maschine fahre. Ich werde sie danach erfahren, weil mir macht das sehr großen Spaß. Außerdem möchte ich testen, ob das funktioniert, wenn ich einen Helfer abfahren lasse, der das Licht brennen scheint zu... Das ist welche Taste? Die definitiv nicht. Die hier ist es. So, und den hier brauchen wir. Den hier werden wir nehmen. Nein, nicht, sondern das hier. Ja, gedankt, sagen wir mal, haben wir genug. Denn mit diesem Gerät hier fahren wir im Prinzip unseren Rübenernter abtanken. Das machen wir aber über Coresplay. Da gibt es eine eigene Einstellung, wo man quasi mit dem Coresplay hier den Helfer zur Verfügung stellen kann. Und der geht dann abtanken. Und das möchte ich mal anschauen, ob das auch hier vollautomatisch passiert. Das ist nämlich wichtig hinzufahren, weil wenn wir dann selber fahren, dann braucht man nicht immer umswitchen. Und so lustig ist das nämlich nicht, weil ich kann hier nicht rein in diesen Rübenernter. Ich muss da hinlaufen und mich quasi rein... Und muss quasi reinjumpen. So einfach ist das nicht. So, und jetzt möchte ich mal schauen. Pass mal auf. Hier, rechte Maustaste. Und zwar Kurs geladen. Kein Kurs geladen. Wo sind denn hier meine Kurse? Kurse verwalten. Siedel verdichten, Feld 23, Rübe ab, Steier, Feld 25, Rübe ab, Steier. Und wir sind hier am 23er Feld. Das heißt, Kurs laden mit aktuellem Kurs zusammenfügen. Kurs anhängern. Kurs löschen, das möchte ich nicht. Kann ich den hier so laden? So. Jetzt habe ich den geladen. So. Und da würde mich jetzt interessieren, wo muss ich den hier hinstellen? Ich glaube hier quasi in der Mitte. Wow. Habe ich schon ewig nicht gemacht hier. Und zwar, ich glaube hier stelle ich den her. So in aller Ruhe. Rechte Maustaste, wieder wechseln auf Kursplay. So. Abfahrer einstellen. Kursbeginner nächsten passenden Wegpunkt. Normal Mode. Geschwindigkeiten. Wendemanöber 15 kmh. Auf dem Feld 40 kmh. Auf der Straße automatisch rückwärts. Vom Kurs maximal 50. Geschwindigkeit wie beim Einfahren. Auf dem Feld fahren wir sicherlich nicht so schnell. Auf dem Feld würde ich vorschlagen, wir fahren 20 kmh. Wendemanöber 10 kmh. Wir brauchen es ja nicht so eilig haben hier. Rückwärts 10 kmh. Ja, das passt. Kraftstoffsparmodus aktiviert. Das haben wir hier noch. Maus rechts. Fruchtumfahrung. Kursplay öffnen. Maus rechts. Wendepunkte anzeigen. Warnleuchten. RUL auf Straße. Rundumleuchte. Ja, genau das machen wir. Haltezeit 0 Sekunden. Nur Name. Kraftstofftank. Bla bla bla. Bla bla bla. So. Und was haben wir hier? Eigentlich nimmermehr was richtig. Alter, wo fährst du hin? Was ist denn? Ja, das ist ja nicht. So, es kann natürlich sein, dass wir jetzt im Prinzip, das müssen wir ihm jetzt zubilligen, Und das machen wir natürlich auch. Schau mal, es kann nämlich sein, dass wir im Prinzip, der fährt 50 Stundenkilometer, das haben wir nicht definiert, oder? Geschwindigkeit. Automatisch vom Kurs maximal 50 Stundenkilometer. Geschwindigkeit wie beim Einfahren. Ja, die Frage ist, ob wir das lassen oder nicht, weil hier haben wir nämlich folgende Problematik. Wir sind ja viel zu schnell unterwegs, bin ich. Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit. Siehst du, das meine ich. Wow, wow, wow. So, maximal 35. Ich weiß nicht, ob das nicht zu schnell ist, wo wir hier nicht 10, 20, 30 Kilometer fahren sollten, weil wir haben ja auch Fahrzeuge auf der Straße. Hier links rein. So, jetzt möchte ich mir das von außen ansehen. Rundum leuchten, leuchten. Denn er kommt hierher, stellt den Truck hin, die Zugmaschine. Leert aus. Stopp. Achso, jetzt fährt er durch, weil er nichts geladen hat, wahrscheinlich. So, dann wendet er hier in aller Ruhe. Fährt wieder zurück. Und ich glaube, das hat er deswegen jetzt gemacht, weil ich habe ihn falsch positioniert und das einzig Logische war für ihn, dass er mal abfahren fährt. Und das muss ich mal hier schauen, ob das funktioniert. Ich habe nämlich einen Cosplay für die BGA oben und der funktioniert mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Es hat sich nichts geändert. Ein Steuertraktor ist immer noch ein Steuertraktor. Und der Silageschieber ist immer noch ein Silageschieber, aber es hat sich nichts geändert. Siehst du, und wenn du jetzt hier 50 Stundenkilometer fährst, dann fährst du vorne auf die Fahrzeuge auf und dann kannst du gar nichts mehr machen. Ich meine, er wird dann natürlich runtergehen vom Gas, er überholt eh nicht und drüberupfen kann er auch nicht. Aber es hat null Sinn, wenn man hier jetzt Vollgas fährt, für was? Bringt er nichts. Fahren wir lieber langsam, gemächlich, dem Verkehr angepasst und laufen nicht Gefahr, dass wir mit 50 Stundenkilometer beim Kreisverkehr irgendwann einmal blöd ins Schleudern kommen oder so. Das hat ja null Sinn. Wer langsam fährt, kommt auch ans Ziel. So, jetzt möchte ich mir das Abtanken noch anschauen, weil mittlerweile ist unser Rübenerntner natürlich voll und das interessiert mich, wie das jetzt ausschaut hier mit dem Abernten. So, weil normalerweise, er stellt sich da nämlich her. Kein Dreschein, Reichweite. So, na, ist ja gediegen. Was machst du eigentlich hier? Aber wir haben den Kurs, Feld 23, Rüben abernten. Oh mein, oh, ich möchte mich da nicht beschäftigen müssen. 0,2, Feld 23, Rübe ab, steht da, hier. Das ist Feld 23, aber ich verstehe nicht, warum wir da stehen müssen, neben Feld 25. Das verstehe ich nicht. Abfahrer einstellen. Kein Dreschein, Reichweite. Und dann geht's nicht einfach weiter. Kein Drehschenreichwerde. Leute, das hat so gut funktioniert. Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Außerdem, ich verstehe nicht, warum der da steht. Das ist das Erste, was ich nicht verstehe hier. Warum steht der hier? Pass mal auf, ich muss das jetzt hier mal reparieren. Weil er steht ja zwischen Feld 23 und Feld 25. Und da soll er partout nicht stehen, der soll da drüben stehen. Verstehst du? Hier soll er stehen. Hier soll er stehen. Der Kollege. So, und jetzt pass mal auf. Jetzt sind natürlich... Nein, die Geschwindigkeiten passen immer noch. Was passiert jetzt, wenn ich Abfahrer einstelle? Meine Güte, meine Güte, wie ist denn das jetzt hier noch gegangen? Komm! Am nächsten Pass sind wir den naheliegendsten. So, jetzt machen wir mal den naheliegendsten. Abfahrer entlassen und wieder neu einstellen. Jetzt wendet er mal so und fährt mal auf die Hauptstraße raus. Der soll aber nicht auf die Hauptstraße rausfahren, sondern der soll mir hier da hinten den Drescher abdanken. Dafür habe ich etwas so eingerichtet. Nee, du siehst mir hier den Drescher. Das ist ja mal wieder eine Sache hier. Das ist, wenn man sich mit dem System dann längere Zeit nicht beschäftigt. Dann kommen genau solche Sachen hier raus. Dann muss man sich fragen, habe ich hier eigentlich den richtigen Steirradaktor? Geht das mit jedem und so weiter und so fort? Also ich finde das wieder mal typisch Andertäger. Ja, wenn nicht, muss ich jetzt hier... Es ist so grauslich. Ich weiss du, wenn man... Wenn man was machen möchte und es funktioniert partout nicht. Und man kann es sich nämlich auch nicht erklären, warum es nicht funktioniert. Das ist so... Weil ich habe keine Ahnung, warum der da jetzt anwenden möchte. Das ist so... 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 Und du kannst machen, was du möchtest. Es fruchtet einfach überhaupt nichts. Nächsten Pass sind den naheliegendsten. Und ich verstehe nicht, warum mir der hier... mal hier... D entraun. auf eine! Nächste Pass... Die Zeit... Das war's für heute. Falscher Trailer für diesen Kurs. Falscher Trailer für diesen Kurs. Hat ja so gut angefangen. Aber leider. So, pass mal auf. Ich habe hier den Drescher. Automatisch suchen. Automatisch finden. Manuell zuweisen. Drescher wählen. Keiner. Drescher. 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 Auf Feld 23 ist aktuell kein Drescher. Soll ich das glauben? Drescher. 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 Vor allen Dingen, warum ist mir der hierher gefahren? Warum hat er denn das gemacht? Wieso bitte? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Vielleicht hat es daran gescheitert, dass ich ihm nicht gesagt habe, hier fällt 23 den Drescher suchen. Jetzt bin ich echt, jetzt schreibt einmal hin, fahre hinter Drescher. So, auf das warten wir jetzt an. Jetzt lassen wir mal hier sämtliche andere Drescher stehen und fahren die dann nachher abtanken. Das möchte ich mal sehen hier. Er fährt mal über die Rüben drüber und alles Mögliche. Ist mir jetzt einmal schnurzpiep. Ich möchte nur sehen, ob das funktioniert, so wie ich mir vorstelle. Normalerweise soll er immer den Crossplay machen. Soll sich dann quasi hinstellen, wahrscheinlich hier auf die Stopposition. Das habe ich vergessen. Den Motor abdrehen. Und sobald quasi der Drescher bereit ist, soll er starten, hinfahren, so wie jetzt dann. Jetzt sollte er eine Wende machen hier. Das ist aber sehr knapp hier, Herr Kollege. So, jetzt sollte er das abbunkern, genau. Und da jetzt meine Frage, Drescher, Teratostiv, ok, passt. Einstellung. So, und der wartet jetzt, quasi bis er voll ist, oder wie ist das jetzt? Kann ich ihm das ausreden? Ne, er fährt eh weiter. Warten bis Warteposition frei ist. Fahre zu Wegpunkt 562, 130. Was immer da so wie ist. Jetzt schauen wir uns das in aller, 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 aller Ruhe an, was der hier macht, der Kollege. Seitlicher Abstand. Vertikal Abstand. Das auch was ist, wenn wir eben das ein bisschen raufsetzen hier. Sagen wir mal auf 3 Meter. Und hier gehen wir seitlicher Abstand 5 Meter. Start bei 100 Prozent. Abfahren bei 90 Prozent. Ja, das müsst ihr jetzt anpassen, jetzt bin ich gespannt. So. Jetzt fährt er dann nach vor. Er ist natürlich eingestellt am Feld, 20 Stundenkilometer. Und auf der Straße mit 30. Und jetzt schauen wir uns das an, in aller Ruhe, wie der fährt. Weil jetzt sollte er natürlich nach vorne fahren. Dann sollte er brav abladen. Wieder zurückkommen. Und sich da zu dem Stoppschild, glaube ich, ja genau, das stimmt schon. Zu dem Stoppschild hinstellen. Und soll warten mit abgestellten Motor, bis quasi der Trasher wiederum abtankbereit ist. So, glaube ich, funktioniert das. Also, wenn das so hinhaut, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Weil dann werden wir jetzt dann die zwei Felder quasi automatisch abtanken lassen. Wir werden dann natürlich auch ein bisschen mit dem Rüben-Ernter fahren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber zuerst muss das Abtanken gewährleistet werden. Außerdem möchte ich natürlich wissen, ob bei diesen Rübenabtanken, ob ich jetzt dann, wenn ich manuell fahre, weiß, ob der Helfer dann automatisch einspringt. Das möchte ich natürlich in Erfahrung bringen. Dann werden wir nämlich mit den Rüben Einnahmen generieren. Und dann werden wir schauen, was wir uns drum als nächstes erwirtschaften. Abladestelle erreicht. Sehr schön. Genau so muss das, ne? Klappe zuwenden. Wieder zurück. Hinstellen. Motor obdrehen. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht, dass er gleich abtanken kann. Dann haut das eh hin. Dann haut das hin. Super. Freut mich. Mit den Quasbladen kann man sich schon super behelfen. Und dann kann ich mir auch wieder behelfen. als nächstes Kind. So. Andere. Dann geht es darum. So. So. Now, here we go. So. So. Was macht er jetzt, bitte? Warum macht er das? Was ist jetzt los? Nee, komm, jetzt hat das so super funktioniert, jetzt macht er eher den ärgsten. So, pass auf, ich habe das mal von deaktiviert warten am letzten Wegpunkt, ohne Trigger auf aktiviert geschaltet. Ich möchte jetzt dann hier erstmal abtanken gehen, das ist mir jetzt dann zu viel. Der fährt dann nochmal vor und kommt wieder zurück etc. Das ist mir jetzt dann schon ein bisschen zu heftig. Ich meine, alles was reicht ist, Leute, aber das ist mir da ein bisschen zu heftig. Jetzt gehen wir mal abtanken, die warten hier schon alle. Ja. 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 Wir werden das schon in den Griff bekommen. Es ist natürlich, wenn man jetzt einige Zeit sich mit Cosplay in dieser Richtung nicht beschäftigt hat, ist es dann natürlich nicht so einfach, das alles wieder zum Leben quasi zu erwecken, aber wir machen das schon, eines nach dem andern, alles gut, wir bringen das hin. Was ist denn hier los? Ei, 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 da steht mal was, dann steht mal nichts, dann steht mal was, dann steht mal nichts für die Vögel. Also, das ist mir ganz gut, dass ich weiß, dass wir beide, auch die Vögel waren. So, ich kann mich noch mal sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann schauen wir mal wieder hier zu unserem Steyr. Wie es den einstwellen ergeht. Der kommt hier. Der fährt hier erst. Leute, Leute, Leute. So, dann schauen wir mal wieder. 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 Dann schauen wir mal wieder. So, 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 dann ist der einmal das Feld hoch und wieder runter gefahren. Und das ärgert mich dann ein bisschen, weil ich brauche dann keinen Helfer, wenn ich eh jeden Handgriff alleine machen muss. Brauche ich dann keinen Helfer, brauche ich dann keinen Cosplay. Deswegen muss ich schauen, dass ich das irgendwie automatisiere, weil ich habe ja noch ein zweites Feld mit zu grüben. Ja. Und wir versuchen, das auch in der Köln herzlichen Köln, als wir in der Köln machen können, Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wenn ich es schon mache, dass ich es so richtig wie möglich mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Ich habe dann ehrlich gesagt ein bisschen das Bedenken, dass sich das mit dem Raps vielleicht wieder nicht ausgeht. Was heißt drum? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und versuchen ein bisschen was nachzuschieben. So, und meine Aufnahmesoftware ist schon wieder ausgefallen, so wie es ausschaut. Ich habe keine Ahnung, gerade eben waren noch Leute online. Jetzt springt er runter auf Null. Das ist gar nicht gut, weil eine sollte er anzeigen, nämlich mich selber. Ich habe den Livestream selber laufen. Das heißt, die Aufnahmesoftware hat sich aufgehangen, gibt nichts mehr retour, obwohl der Livestream läuft. Und das geht mir so auf den Socken. Ich kann gar nicht genug Screenshots machen zeitweise. Es gibt Tage, da mache ich nichts anderes. Ich freue mich auch wieder am 31. Oktober, also quasi auf Halloween. Weil da gehen diese ganzen Typen hier, wie Zombies. Oder wie man sich halt in der Game-Industrie vorstellt, dass Zombies gehen. So, na da freue ich mich schon. Jetzt können wir ihn hier auch abtanken. Wird uns das gelingen? Schaffen wir das? Wir könnten das schaffen, indem wir ihn daran quasi nötigen zu wenden. Mhm. Ja, hilft jetzt aber auch nicht, weiß Gott wie viel. Komm, wir stellen unseren Traktor hier ans Ende des Feldes und werden dann mal wieder eine Fahrt nach oben hin mitfahren. Ja, und dann werden wir mal schauen, wo unser Steirer Traktor fährt. Ich sehe hier unseren Rübenerntor immer noch irgendwo hier spazieren fahren. Wo ist der? Warum fährt er da rauf und warum ist er leer um Gottes Willen? Warum fährt er da rauf und warum ist er leer? Oder sind Zuckerrüben neuerdings durchsichtig? Kann ja sein. Das Zuckerrüben, hey, wir haben die durchsichtigen Zuckerrüben, was habt ihr? Das Kaisers neues Gewand oder das Kaisers neue Kleidung. Und dies sind eben das Kaisers neue Zuckerrüben. Ein ganzer Hänger voll. Ja, kommt, das ist mir zu blöd. Jetzt warte ich mal hier. Können wir wieder zurück abtanken, weil beim letzten Mal haben wir genau die Situation gehabt, dass wir dann eben beim Abtanken nicht parat waren. Ich möchte aber meine Geräte hier abgedankt haben, weil Raps ist zu ernten. Ja, und wenn ich mich da mit dem Cosplay ein bisschen spielen muss, dann ist das eben so. Also versuche ich mal ein bisschen zu schaden. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und da sind wir schon weg, weil der hat eh im Prinzip nichts in seinen Kornspeicher. Aber wir haben noch die Chance, dass wir ihn Kollegen da drüben erwischen. So, Kollege, ausleeren, bis immer, dass du auch geladen hast. Steckt im Verkehr fest. Bitte, wo ist der hingefahren? Zum Wirten oder was ist mit dem? Zum Wirten. Zum Wirten. Zum Wirten. So, also wir bleiben unserer gegenwärtigen Situation hier mal treu. Wir gehen erstmal her und entladen den Raps. Zum Wirten. Zum Wirten. Zum Wirten. Zum Wirten. Zum Wirten. Zum Wirten. Und dann schauen wir uns den Katastrophen-Corsplay-Kurs an. Gibt es doch nicht, dass man den hier nicht zum Laufen bringt. So, jetzt stellen wir mal das Gespann daher. So, da, da. Und dann schauen wir mal. Okay, steckt den Verkehr fest. Warum macht er denn das? Fisch, dieste. So, ich muss das jetzt mal so testen. Ich fahre jetzt dann hier. Ich weiss nicht, ob das jetzt hier an den Experimental Mode gelegen hat oder sonst irgendwas. So, jetzt fahren wir hier an. Was haben wir hier für Einstellungen? Seitlicher Abstand. So, jetzt fährt er wunderbar her. So, jetzt fährt er das. So, jetzt fährt er das. So, jetzt fährt er das. Abfahrer entlassen. Ich muss das hinbekommen, weil ansonsten wäre man da händisch abfahren müssen, was nicht die Tragik ist. Das ist ja nicht so, wie wenn man das nicht gönnt. Aber ich möchte es hinbekommen, weil ich möchte ja diesen Helfer hier... auch fahren haben, wenn ich selber auf den Rübenernter sitze. Und das geht es mir vorrangig. Ich möchte nicht rausjumpen, selber abfahren und so weiter und so fort, sondern ich möchte, dass das Abfahren von einem Helfer erledigt wird. So einfach ist die Geschichte. So, ich stecke den Verkehr fest. So. 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 Ich habe doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Ich möchte, dass der hier in Ruhe abfährt und in Ruhe quasi hier seine Cosplay Angelegenheit ausübt, aber er möchte das nicht, scheinbar. So Dala, was haben wir hier? 55 Meter Wendekreis. Ich meine, das sollte jetzt wirklich passen. 55 Meter, das ist ja... Siehste? 55 Meter reicht ihm nicht. Okay, sein Wendekreis ist 55 Meter. Gehen wir hier um einen Meter rauf und gehen wir hier um einen Meter rauf. So. Nur die Ruhe. Leute, wir bekommen das hin. Das ist jetzt eine Spielerei, aber wir werden es hinbekommen. So, der eine Helfer ist hier fertig. Auf das muss ich auch achten. Das hier im Allgemeinen, was weitergeht, trotz alledem. Adrescha ist fertig. So Dala. So. 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 Jetzt geht es sich wahrscheinlich wieder aus. So, nichts. Wozu es ist. Oder auch nicht. Zum Beispiel hier, Wenden auf dem Feld, das werden wir jetzt einmal deaktivieren, was immer das auch für Auswirkungen hat, so, dann gehen wir hierher, Abfahrer entlassen, zack, ich habe mir jetzt schon Gedanken gemacht, ob das vielleicht einen Unterschied macht, wo ich den Drescher anfangen lasse zum Arbeiten, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. So, jetzt habe ich Wenden auf dem Feld deaktiviert, was heißt das? Das kann nichts heißen, wenn er dann sowieso auf dem Feld wendet, weil ich denke mal, wenn der jetzt hier auf dem Rückweg wäre, so, jetzt fährt er noch knapper hin. Die Frage ist, wann bleibt er jetzt stehen? So, jetzt würde er mal richtig stehen bleiben, ich gehe mal davon aus, dass der hier so richtig abtankt, weil wenn er schon mal so steht, dann ist er nicht weit davon entfernt, dass er richtig abtankt. Was für mich heißt, ich kann hier, wenn ich möchte, meinen Drescher nehmen, die sind beide fertig, schau euch das an, Leute. Ja, genau, man ist hier in Russland unterwegs, Sosnovka, und da hat bitte gefälligst der Drescher hier zur Seite zu fahren und nicht hier Iwan. So, und dann können wir hier nach rüber laufen, weil der ist auch fertig oder der ist zum abtanken, oder was ist mit dem, warum stehst du hier so total unmotiviert, eigentlich dort, wo du überhaupt nicht hingehörst. So. So, und wenn wir lustig sind, machen wir jetzt folgendes, wir lassen dieses Feld, weil ziemlich lang, das sind ja drei Felder im Prinzip zusammengefügt, lassen wir hier mal abtanken und das machen wir natürlich selber und hoffen einfach, dass der Fahrer im Steirer Terros weiß, was er tut und jetzt nicht irgendwelchen Unfug oder Faxen macht und die Rüben heimlich, was weiß ich, hinter irgendeinem Gebäude abkippt, keine Ahnung, was dem noch einfällt, der ist total witzig heute. So, der Case, der wird gleich voll sein, den werden wir als erstes abtanken. Und habe natürlich Glück, dass er das Rohr auf der richtigen Seite hat, vielleicht erwischen wir ihn noch im Fahren, das kann leicht sein. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt und... Dann werden wir ihm halt in Steen abtanken. So, und dann können wir natürlich darüber schauen, was hier auf unserem Zuckerrübenfeld abgeht. Welche Faxen, dass unser Steirer Terros macht hier, im Moment sehe ich ihn aber nicht, also er dürfte noch unterwegs sein. Ich sehe auch allerdings den Rübenerntner, Rübenernten. Schauen wir mal, vielleicht war das auch der Stein der Weisen, wenn man denkt, oder wenn das ist, ich fahre quasi linkseitig vom Feld an, er umrundet also quasi einmal den Abtanker, den Rübenerntner. Und das würde ich mir ersparen, wenn ich von herunten angefangen hätte, das Feld. Abzuernten, denke ich mal. Na bitte, da kommt er schon, unser Steirer Terros und jetzt bin ich gespannt, was der macht, wenn wir jetzt quasi vom Nachbarfeld ihm etwas auf die Finger schauen. So, da kommt er, fährt vorbei, fährt vorbei, so wie geplant. Jetzt wird er gleich links einbiegen. Und dann sollte er sich hinstellen und warten auf weitere Befehle. So, und der Knabe im lockigen Haar, der wendet, einfach so, ohne irgendeinen Ingenierer. Verstehst du? Hey, was ist mit dir? Das ist ja echt unglaublich. So eine Frechheit musst du in dir haben. Warum macht er denn das? Wo habe ich mich hier nicht richtig kommuniziert? So. Wo habe ich mich hier nicht richtig kommuniziert? Wenn ich das wieder aktiviere, dann bleibt er mal jetzt so ein Stehen. Was macht er denn jetzt? Was macht er jetzt? So. Wir gucken nicht nicht. So. So, jetzt haben wir nämlich die Situation, was ich gerade vorher angesprochen habe, wo ich dann nämlich nachher auch gemeint habe, es muss egal sein, wo ich anfangen lasse, also wo ich den Startpunkt setze für die Erntemaschine, weil es lässt sich natürlich nicht so im Voraus planen, wie und wo und was und wann er, wo er quasi abtanken fährt. Siehst du, sowas kotzt mich einfach im Mörderarm. So was, für sowas habe ich echt kein Verständnis, ehrlich nicht. Jetzt fährt er von dieser Seite zu und dann steht er einfach zu weit weg. Und wenn er wenden soll, dann passt ihm das aber auch nicht, dann bringt er das auch nicht zusammen. Das finde ich total unwitzig, wirklich. Falsche Taste. Ich muss das aktiv haben, warten am letzten Wegpunkt ohne Trigger aktivieren. Ja, ich muss das aktiv haben. So, jetzt haben wir uns um einen halben Meter knapper hingestellt. Ich hoffe, das passt jetzt hier, Kollege. Mach uns nicht noch wieder Schwierigkeiten hier. So. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und am gescheitersten wäre es natürlich jetzt meiner Meinung nach, wenn ich hergehe und hier ausleere. So, Kollege, und dass man das jetzt hier hinhaut. So, Kollege, und dass man das jetzt hier hinhaut. Ich verstehe nicht, was ich da noch einstellen soll, wo mein Fehler genau liegt. An was ich nicht denke im Moment. Oh. Oh. Ich habe da hinten Paletten weg zum Stellen. Ich wollte eigentlich das hier mit der Walze oben machen und mal ausprobieren, ob ich da richtig denke. So, jetzt kippe ich mal hier ab. Und sicherlich ist beim Nudelwerk wieder was auszuliefern. Und so wie ich das sehe, könnte ich hier natürlich wiederum Fruchtsorten anbauen. Also, ich habe alle Hände voll zu tun und muss mich hier um diesen Steirer kümmern, der mit dem Cosplay aus Gründen, warum auch immer die absoluten Schwierigkeiten heute hat. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und so, ich habe alle Hände voll zu tun. Und hier geht es natürlich Schlag auf Schlag, wenn ein Feld hier von zwei Dreschern gleichzeitig abgeerntet wird, dann geht da natürlich etwas weiter. Hat der Trigger das Ende der Route erreicht? Ich verstehe das ehrlich gesagt alles nicht mehr. Wo hat er denn den Trigger her? Wo hat er denn den Trigger her? Wo steht er jetzt bitte? So, dann muss ich mich hier wieder mal um den Steyr kümmern. Alter, wie stehst du denn da? Wie bitte stehst du da? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nedergan Wundern ZDF, 2020 R war das, so jetzt tanke ich den einmal auf hier und dann werden wir... So, man hat ja hier wirklich für nichts mehr Zeit scheinbar, so und jetzt schauen wir mal in aller Ruhe, weil das eben auch wichtig ist. Wir haben hier Raps angebaut, wir haben 300.000 Liter, sagen wir mal es sind Liter, ich rede eigentlich immer von Liter und hier nicht von Kilogramm. Von 499.000 die Kapazität ist um einen Liter gesunken, ich habe keine Ahnung warum. Warum ist der Raps, die Kapazität vom Raps nicht mehr so wie sie hätte sein sollen? Ich weiß es nicht. Das heißt, wir gehen her und werden auf Raps weiterhin anbauen, bis auf unsere Zuckerrübenfelder. Da werden wir wieder Zuckerrüben anbauen. Da werden wir wieder anbauen, bis auf unsere Zuckerrüben anbauen. Da werden wir wieder anbauen, bis auf unsere Zuckerrüben anbauen. Da werden wir wieder anbauen. Na nicht, dass ich da zu weit fahre. So, helfe rein und auf Wiederschauen. Wir haben hier, ich möchte nicht sagen, Besseres zu tun, aber auf jeden Fall anderes. Jetzt fahren wir da mal so richtig unprofessionell durchs Feld durch. Hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich jetzt echt nicht machen sollen. Das war jetzt unnötig, ehrlich. Ich ärgert mich auch ein bisschen. Das ist dann diese Avanti-Avanti-Geschichte. Und das soll es aber gar nicht sein. Und das soll es aber gar nicht sein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen leistig, dass unser Cosplay nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Aber was soll man machen? Wir werden schon entweder zum Laufen bringen, oder wenn nicht, wird es uns nicht erspart bleiben, dass wir dann zwischen zwei Abtankfahrzeugen hin und her wechseln. Dann ist es halt so, was soll man machen? So, Kollege, einmal wenden. Wir kommen schon abtanken. Und wir werden dann in Rosselmarsch natürlich weiterfahren lassen, die letzten paar Längen. Den Case ein bisschen mithelfen. Ja. 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 Und wir bleiben jetzt hier beim Abtanken bei dem Case. Das geht sich wunderbar aus. Und am Ende dieser Bahn übernehmen wir den Case und ziehen ihn quasi gleich ein und fertig. Ende der Durchsage. Ja. 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 Ja, ja. Also was heißt, wir ziehen ihn ein, wir lassen ihn weiterarbeiten auf der Gerste, aber auf einen kleinen Feld und auf den größeren möchte ich dann den Rosselmarsch fahren lassen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kurz auf Pause schicken. Jetzt haben wir natürlich unseren Kornspeicher leer. Das haben wir natürlich wunderbar gemacht. So, und dann sind wir eigentlich schon bei der Gerste beim Abernten. Da haben wir drei Felder, genau, ja, und diese drei Felder, die werden wir jetzt so mit Gerste abarbeiten, aber ich bin mir fast sicher, wir werden jetzt auf allen Feldern Raps anbauen. Also, dass uns hier ein Liter beim Raps in der Kapazität abgeht, das finde ich grandios. Das finde ich echt interessant. LVP wird durch ein Objekt blockiert. So, das kann ja jetzt nur der Ausseilmarsch sein, der quasi blockiert wird durch den Lindner-Trag, der dort steht, durch das Gespann. Das werden wir gleich beheben. Na, da haben wir es schon. So, bitte sehr. So, bitte sehr. Gemach, gemach. Der legt ja gleich los hier. So, wir fahren natürlich hier mit unserem Lindner-Trag, die knapp 25.000 Liter, sage ich jetzt mal, in unseren Silo bringen. Und dann werden wir natürlich sehen, es war eindeutig zu wenig. Wir kriegen unseren Silo nicht voll, obwohl wir hier durchwegs viele Felder mit Raps bestückt haben. Oh, da bleibt er mal jetzt anstehen. Also, wir sehen, diese Felder hier waren mit Raps bestückt. Und ja, schade. Warum steht er da herum, so unmotiviert? Das möchte ich mal jetzt dann anschauen. Einen Moment, bitte, Leute. Weil da könnt ihr ja fahren, ne? Soll nix ärgers passieren, als dass wir ein Feld anbauen. Ja, und wenn wir jetzt hergehen und alles mit Raps anbauen, dann haben wir es natürlich supi, weil dann brauchen wir jetzt nicht so achten darauf, beim Apernten, wie gerade eben, obwohl man muss in Wirklichkeit nicht so darauf achten. Ne, habt ihr gesehen, das geht im Prinzip ganz problemlos. Bis zum nächsten Mal. Töne. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und zumindestens hinstellen und das Cosplay starten und, ich weiß nicht, ein Stoßgebet zum Himmel schicken, damit auch alles so läuft, wie man es gerne hätte. Ich weiss nicht, was ich sonst noch machen soll. So, sagen wir mal, ich stehe richtig und sagen wir mal, ich stelle jetzt einfach den Abfahrer an und fertig, ja, so. Ich muss mich dann aber um andere Sachen natürlich kümmern, weil ich habe ja hier unseren Rossel Masch, den ich begleiten möchte, habe ich gesagt, der kommt aber wieder und das geht sich locker aus, also den können wir erwarten. Und wenn es uns lust, können wir einst dann schauen, was unser Teros macht, wie sich das abtanken, das wir da hinbekommen. Aber ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, habe ich da irgendwo, wo, wo kann ich da wenden, auf dem Feld planen, automatisch deaktiviert. Da geht es ja eigentlich nur um die Plane, oder? So, da habe ich die Abstände. Abfahren bei 80%, also wenn unser Teros zu 80% voll ist, aber ich nehme an, dass der Rüben erntet er zu 100%. Ne, der geht tatsächlich auf 45,161, auf 96%, okay, von mir aus. So, dann haben wir hier die Geschwindigkeiten, Wendemanöver 10 kmh, was ist, ich gehe mit dem Rauf, auf 15, auf dem Feld 25, auf der Strasse 30, rückwärts 10. Haltezeit 0 Sekunden, gehe ich wieder runter, ich habe keine Ahnung, was da überhaupt mit Haltezeit gemeint ist. Ist da die Warnleuchte gemeint? Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, das ist ja echt unglaublich. So, jetzt schaltet er die Rundumleuchte ein. Und wir sollten uns hier in unseren Lindrack begeben, denn... Oje, da haben wir es schon wieder, ob wir den jetzt erwischen noch. ... 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